Hallo, hier ist Oma Gerda und ich stehe hier vor einer Wildrose. Ja, es ist Mai und die Rosen blühen, es ist warm, alle Blüten scheinen sich gleichzeitig zu öffnen und vielleicht kann man es hören, es summt und brummt um mich herum, weil diese ungefüllten Blüten, die sind natürlich sehr attraktiv, auch für die Insekten, für die Bienen und Rummeln, die jetzt hauptsächlich hier ankommen und sich da frei bedienen können. Das ist eine Knospe und daneben sieht man schon den befruchteten Fruchtknoten und daraus entstehen dann im Herbst die Hagebutten. Hier hängt noch eine alte, kann man das so sehen. Ah, die ist ganz schwarz, vom letzten Jahr. Die ist schon ganz getrocknet, die kann man auch nicht mehr verwenden. Ja, daneben zeige ich gerade noch die große Wolfsmilch, weil die jetzt hier so schön steht und weil das auch gar nicht so gekannt ist, diese Pflanze. Ja, dahinter sieht man nochmal den Wildrosenbusch. Meins ist eine Feldwildrosen. Ja, heute ist es warm und überall ist dieser Rosenduft jetzt Anfang Juni und es ist einfach wundervoll in diesem Rosenduft. Hier stehe ich vor einer anderen Wildrose. Es gibt ja sehr viele Arten. Ich meine, es ist eine Apfelrose, weil die haben extrem viele Stacheln. Die ist also sehr, sehr stachelig. Und ein ganz, ganz betörender Duft. Sie hat jetzt keine, wirklich essbaren Hagebutten. Aber dafür ist die Blüte und der Duft umso betörender. Ja, hier ist nochmal der nächste Rosenstrauch. Ich meine, das ist auch eine Feldrose und die hat eben diese ganz kleinen orangefarbenen, orangefarbenen Blüten, die auch wundervoll duften. Und der Vorteil ist von diesen Wildrosen, die wachsen einfach gut, vertragen auch gut Trockenheit. Ups, da stehe ich davor im Schatten. Weil die Pfahlwurzeln bilden und kommen dann einfach auch mit wenig Wasser gut zurecht. So, hier stehe ich jetzt das war unsere Größenrose. Ich meine, das ist eine Hundrose und die ist ungefähr so zweieinhalb Meter hoch. Und so wundervoll das ist eine Fülle und ein Luft. Hier kann man auch schön sehen, die sind schon verblüht. Und die bilden dann auch die Hagebutten. Da sehe ich auch noch ein paar alte, vertrocknete Hagebutten. vom letzten Herbst oder Winter. Und die sind wirklich, hier hängen auch noch welche, die sind wirklich richtig groß und saftig. Ich mach gerade mal eine ab. Und die haben auch wirklich nur drei Kerne dann drin, was ganz, ganz toll ist zum Essen. So sehen die dann aus ein Jahr. Naja, also bis Februar, März kann man die schon essen. Und die restlichen vertrocknen dann einfach. Dadurch sehe ich, dass die so viele wie so immer drei, vier Hagebutten an einer Stelle bilden, gibt es hier unglaublich viele. Hier hängen auch noch ein paar vom letzten Jahr. Ich schneide die Rose dann zwar zurück, dass sie so ein bisschen in Form bleibt. Aber entferne die alten Hagebutten gar nicht. Die fallen dann irgendwann ab. Hier ist mitten im Fahnen ein neuer Rosenstrauch aufgegangen. Das kann ja auch durch die Kerne in den Hagebutten passieren, dass die Vögel die einfach umher tragen. Und da kann man sicher sein, das ist dann eine Wildrose. Man kann einfach mal das Experiment auch wagen. Die hat sich da bis nach vorne geschlängelt, ausgebreitet. Und abwarten, wie sie blühen wird. Jetzt stehe ich nochmal vor der großen Hunsrose und da fallen auch schon die Blütenblätter ab. Die liegen dann hier so im Gras. Und das Schöne ist, man kann diese Rosenblätter auch für Tee verwenden. Also da nehme ich dann nicht die heruntergefallenen, sondern pflück mir welche ab. Es gibt ja auch Rosentee zu kaufen. Oder man liest manchmal auch etwas von Teerosen. Also von allen Wildrosen kann man die Rosenblätter auch verwenden für Tee. Um das Essen zu verschönern mit den Blütenblättern. Oder auch um das Wasser zu aromatisieren. Einfach mal ausprobieren. Also man kann alle Blütenblätter verwenden. Ja, dann wünsche ich viel Freude mit den Rosen, die jetzt überall aufblühen. Und alles Liebe! Ja. Ja.